Ich hab mich dafür entschieden, heute gibt es mal wieder ein Vlog-Time. Silvester, frohes neues, guter Rutsch. Wir fahren heute wieder in die Piz, Neuetschberg. Ich bin hier im ICE, hab's gut live vor mir. Und ja, wir sehen uns dann später in Kusel. Ne, wenn der Nico im Landstuhl ist, genau. See ya! So, Landstuhlbahnhof. Gleich drehen müssen wir. Gleich treffen wir auf den Nico. Hier ist immer hier, hier ist immer hier. Hier ist der Rollen, hier ist der Rollen. Oh je, dort da drin. Niko, sein Bus ist in getrudelt. Wo er kommt. Und wann er kommt. Wo wird er kommen? Und wann er acquire wird? Clan Münchweiler. Spree nicht voll, du kleine Sau. Das ist sehr dunkel. Ich weiß, hier darf man nichts sprühen, hier darf man nichts rarer. Das ist alles scheiße, Tück. Ich weiß, hier darf man nichts rarer. Alles scheiße. Kusel. Ich fand es noch neu. Ich fand es noch neu. Kusel in Kusel. Ein Paar für die 2019 gestorbene Menschen, rest in peace. Hast du das eigentlich gemacht, oder? Doch. Wir müssen doch unsere getode gedenken. Ich stelle die Kerne aus. Das ist echt so witzig. Und? Und dann machst du einfach den Finger weg. Also eigentlich kannst du hingehen, du ziehst ihn hoch, bis du merkst. Dann setzst du ab, machst du im Stuhl, aber nicht zu lang, weil es ist wieder kalt. Ja, Mann. Und dann machst du dran wieder, machst du hoch. Das machst du dir jetzt mal vor, guck. Das ist sau einfach. Hört schon dumm an. Gut, du musst den Luft. Ich hoffe, du merkst, er ist am Mund. Du musst die Luft. Das ist gut. Das ist gut. 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 Crack City. Okay. Ähm. Jo, ich geb's dir dann einfach Wipper. Mach's ganz entspannt, langsam. Ich packe das alles. Na jo. Boah, ist das Zeug gut. Nicht schlecht, ey. Wissen wir, wo wir hier sind? Kussler Menschen kennen uns. Räuter! Schisch! Wenn du Wasser brauchst, hier ist Wasser. Nein, ist gut. Aber Alter! Nein, das dauert, das dauert. Ja, das dauert so. 10-15 Minuten, dann kommt es. Ein Schweinehund. Das mal geht genossen. Boah, schön labrig und geil. Romantisch ist die Niere. Im BK. Mit meinem Schatz. Der andere bekiffte Ock steht da hinten. Oh, jetzt kommen sie, jetzt kommen sie. Das geht jetzt cool. Wo geht es nur hin? Die Suche, Alter. Die Suche. Die Suche nach einer. Das trinke. Teelerei mit Kalko-Wodka. Mit ein Cola-Beja. Echt? Ach, sind das die neue Dinger? Ah, aber du brauchst mal mit Kart. Ich denke schon, kann schon. Echt? Nein. Ich habe das Artikel-Childe. Nooo. Das hast du bei mir gesehen. Das war nix. Also, Real Rap Edge Bayer Grillhüt. Hier ist nichts mehr. Du steht nix. Es ist eh saudunkel, aber hier ist einfach nichts. Guck mal, du hast ein Niko. Ein wildes Niko. Es appeared. Aber hier ist nix. Es appeared. Niko, du ist nix. Es ist nix. Ich weiß. Es gibt da nix. Ich weiß, was muss. Vielleicht riecht es an. Ist so, dann komm. Lass die Katze noch schnuppern. Die hat Interesse. Oh, das ist nix. Oh, das ist die. Oh, geil, geil, geil. Achso, apropos Vlog. Wir sind schon gar nicht mehr in der Piz. Wir haben hier jetzt irgendwo bei Mirko der Hem. Ganz gechillt. Schöner Sessel. Der Deko hat Spaß mit Kutze. Nicht nur ich. Die Kutze auch. Die Kutze auch. Kutze auch. Da hab ich Bock drauf haben. Ah, Jons. MW ist am Start. Welche normale Menschen würde jetzt einfach YouTube anmachen und Videos laufen lassen? Nee. Nicht dem Mirko. Der zockt. Ja, wir haben hier auch wieder. Was von der Vlog, Alter? Ah, Jo. Gang Gang, Alter. Vorher Bild. Die Vorheraufnahmen. Ja, ist so. Die Vorheraufnahme, Alter. Vom Party Tower. Shoutout ans Teamspiel. Maxis Gay. Ist so. Und Janis auch. Och ist so. Und... Jay Auch. Janina auf Tag. Janina auf Tag. Ja. Zwać noch nie? Steht mal los. Öhm, wir sind in der Hut. Un.. Yo. Isabald Ser forgive. das ist wunderschön jungs im ts gucken euch an wie er leid gelebt und wie er kifft alter kaum treffen die leute auf mich kiffen sie und die kostbarer schon hinter uns gar nicht schön michelle hast du auch noch ein statement für die story wir warten jetzt etwa noch 20 minuten und dann knallt überall um uns herum aber ich habe es hier richtig das schwöre ich dir das schwöre ich dir ich halte nichts aus das ist ja gar nicht ich bin jetzt hier lasst dich nicht ich bin jetzt hier lasst dich nicht und dann war es hier eine grimme so ganz so um das war ja eine arme schimpf man ist so alter Burger King hat's geschäft an alle Burger King war's krass ey ich hab's fast schon ausgehalten ich war am Mastin mal entspannt der andere hat's ich weiß nicht mehr der andere der Chippendool Nee, die Fettling ans Fett, manch mal bin ich. Hast du gesehen? Die Bestie? Manch mal bin ich. So groß. Manch mal bin ich so stolz in die Küche marschiert. Wie geil, Alter. Die drei Chicken Burger im BK auswendig Kench. Das dauert so 15 bis 20 Minuten und dann geht's noch hin, Alter. Dann fangt's an. Vorher merkst du das gar nicht so stark. Nee, vorher merk ich immer nur den Tabak. Der andere, der andere frag mich, pustet aus. Merk's gar nicht. Guck dich an, ich merk's gar nicht. Oh, Alter, du bist da, Alter, das war so hoch, Alter. Das war halt echt, das war so hoch, Mann. Alter, ich weiß noch nicht. Oh. Was ist das denn hier? Es ist das, Alter. Okay, dieses Marino, wir sind dann direkt. Ich hab mir nur gekehrt. Lass mich mal zu fliegen, nochmal spritz das mal. Kannst du mal das? Was ist das denn? Was ist das denn? Was ist das denn? Das war die gleiche Wunde. Oh, ne. Wuschal weg. Scheiße. Ja, Alter. Es ist immer noch zufrieden, ne? Es friert mir, wenn ich glaube, wenn du zu früh knallt, dann mit mir der Penus. Gell, echt so, ist einfach so. Wie Friedknaller. Wir haben gar keine Knaller, gell. Wir kehren sich ja, gell. Wir können gar nichts machen, wir können einen Molotow bauen, Alter. Wir machen einen Molotow, Alter. Seid schön, seid schön, Alter. Hier können wir noch trinken, Alter. Den darf man hier die Hauswand brennen aus. Wir müssen Karamell irgendwie anzünden, Alter. Nee, das hat zu wenig. Brauch ich die Minis ums 40. Ja. 15. Der komische Milch-Wodka hat nur 15. Echt? Klarer Wodka. Oh, ne, ne, ne. Das ist schon ins Ende. Ne, 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 ne. Boah. Komm, zieh doch mal. Komm, zieh doch mal. Für die Anfänger. Halt das doch mal länger drin. Ist doch halber richtig drin, Alter. Halt drin, halt drin, halt drin, halt drin. Äh, wo ist das, Alter? Ich muss nicht zeigen, wie das geht. Groß Neues, ihr Wichser. Jee. Wir haben nichts zum Knaller, mit einer rüber im Knaller zu. Es ist wunderschön. Auf ein schönes neues Jahr. Auf ein schönes neues Jahr. Auf ein schönes neues Jahr. Für den Block. Hau den Turm um. Machen wir alles weg. Machen wir alles weg. Machen wir alles weg. Jetzt doch hau um das Ding, Alter. Mein Klaas, du bietest sofort. Ich hab extra noch Vorgang gemacht, wenn du das jetzt nicht verkackst. Oh! Wer muss denn eigentlich? Ich kann das die Finger wegmachen. Ich find einen. Ich find einen. Ich find einen. Nee. Ich kann aber ja. Oh! So, wackelt er. Warte, der ist so hart gegen dich geneigt. Hast du das im Ernst? Alter. Alter. Also Michelle, du bist hart gefickt. Alter. Was war das? Nee, 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 nee. Nee, du musst mir noch drauf. Es war so taktisch. Du musst mir noch drauf, Leo. Weil ich gespürt hab, es geht. Lene noch drauf. Lene noch drauf. Und hier hab ich gespürt, es geht. Lene noch drauf. Ah, soll ich? Ah, ja? Soll ich? Lene noch drauf, Nico. Komm. Hier muss es enden. Ajo. Ajo. So, Michelle. Also die letzte Challenge, die du wiederholst, dann trinkst du. Jetzt haben wir 2020, Alter. 2020. Gib mal Neujahrssprache, Nico. Also 2019 war schon sehr lit. Nö. Doch. Unter anderem wurde Rust entdeckt. Rust hat das Leben sehr verändert. MW2. MW2. Noch mal 8.0 E-Gram. MW2 wurde released. Was gab's noch 2019? Classic kam raus. Classic hat das Leben wieder verändert. Ja, man. Löde Schäden. Die Lito. Die Seuersansprache mit dem Feuerwerk im Hintergrund. Und wie gesagt, 2020 wird auch noch krass. Ähm. Jo. Jo. Jo, ne? Gang Gang. Honeinander Gang Shit. Neujahrssprache. Vollendet. Jawoll. Jo. Boa. Ich ziehe meinen Schein. Lass es gegen seinen Krogs mit 50ern. Ja, Mann. Mach' schon 50er. Mach' schon 50er! Ich hab' nur 50er. Maurice. Ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha. Du where is dir? Okay? Du where is dir? Wir können es eigentlich auch in Pulververwand. Wir können esцию hinlegen. Wie Kanonen. wie so Kanonen und dann was gab es mal in der Kunststorie es gab wohl so Fetterei mit meiner Ex-Freundin und die hat dann meine Bulle ausgesagt, denn Maurice und ich würden uns gegenseitig mit 50 Euro schreit einen Koks in die Nasen losen weil man das dumm uns in der Schamane-Doku also weißt du, Schamane-Doku, wo man geguckt hat und dann uns das abgefallen hat weil sich jemand mit Schamane im Busch mit riesigen Bambusröhren halt so so Bambusröhren halt so ja man, also ich nehme welche Zeichner so tut sich rinschieben und dann siehst du und mir hat das dann voll abgefallen und die hat das eben auf meine Koks gesagt dass sie mir das gegenseitig mache mit 50 Euro Scheiße ich hab hart geruffelt, Alter ich hab gedacht, ich falle aus der Beuge ah stimmt, Jo das sind für mich keine Schlücker ich schluck so wie ich will das sind für mich keine Schlücker das sind für mich keine Schlücker das sind für mich keine Schlücker groß meine Freunde na gut, zwei Schlücker vier ne ich bin ja, ich bin auch hier eins und zwei angenehm das Spiel gefällt mir vier ne ah ich bin ja, stimmt erst mal die Farbe an und lässt sich interessieren den Stein zu facken die ist klar boah jetzt, Alter äh so steht nichts drauf dann, äh Jo da ist dann wohl einer, wo nichts druchsteht Joker, oder? ne stimmt, es gibt Joker stimmt, ist doch, aber da wird Joker druchsteht, oder? also vielleicht ist das eigentlich mal wirklich das Steinbohr und halt so jo, diese Runde nicht ja, kein Ars denn gell? ja, klar diese Runde nicht so ungefähr ah, du rufst so nach eswärts ah jo, echt so schlimmer Bastard, Alter oh shit, Alter oh shit, Alter nee, nee, nicht und dieser oh Gott boah, der lacht oh nee oh nee, oh nee nee, viel zu fähig oooh nimm doch mal die andere Seite nimm doch mal die andere Seite nimm doch mal die andere Seite zieh doch nicht wieder links raus ah jo und wir wieder runter, stimmt haha Ranswort Alter Schluck schwisch ne komm ich fix das ah pfe screws Alter, oder? komm, bringt das Ding zur Falle Nico, klopf dich auf den Kopf! Sorry, sorry! Ich hab verpackt, jetzt komm! Nee! Boss! Was war's? Gar nichts! Ich heul gleich, ich zieh immer nichts! Mirko, gib's uns! Alter, ich bau das Ding frei für dich, glaube ich! Oh, 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 oh! Ja, ne, da ist nur die Guestem aller! Hahahaha! Hahahaha! Guck mal, wie er struck it! Hier ist nur ein Stück, Herr! Alles gut! Wenn muss, heißt, ein Stück! Ich fang eh das ganze Ding nicht! Woah, ist ja geil! Aaaaaah! Oh, oh, oh! Aaaaaah! Jawoll! 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 Mirko, sechs, und auch Frau! Oh ne! Florian! Frohes Neues! Na, wird er fallen? Oh, der ist falsch, der ist falsch! Mirko, du willst doch schauen bitte! Michel haut das Ding um. Es ist vorbei, es ist vorbei. Sein eigener Freund hat dich gefickt. Er hat so viele Einzelwippen gebaut. Ja, Mann. Oh! Nee! Nee! Mirko! Mirko! Was? Alter, Mirko, weg jetzt auf einfach und haut den Turm um. Bitte, dass ich nicht noch mal drankomme, bitte nicht. Also, wenn du jetzt noch mal drankommst, ist es vorbei, ne? Ajo, safe! Aber er schafft es, es gab nichts mehr. Nein! Nein, vergiss es! Guck! Vergiss es, Mirko! Alles in fest! Alles in fest! Alles in fest! Vergiss es! Nimm die Mitte! Es geht nicht anders! Auch da geht es nicht wirklich! Oh, shit! Oh! histans. Aber da sie verweigen sich. Oh! Jetzt stehe eh die Chance, Mirko. Und du willst noch irgendwo schiebchen bis sie verloren. Guck! Nein, wie ist das? Boah, du Oppe kannst du es ganz vergessen. Ach Gott, Alter, kannst du es so hart vergessen. Das zählt nicht, das zählt nicht. Nein, das zählt nicht. Ich wollte gerade sagen, die Opa-Strei, das geht nicht. Nein, 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 nein. Nicht die Opa-Strei. Habt ihr zählt. Oh. Alter, das... Nee. Nee. Das muss von der Seite. Das ist so over. Der hat sich ein bisschen bewegt, aber guck auf den... Nee, guck lieber noch mal weiter. Der ist nicht viel bewegt. Bei mir hat es funktioniert von der andere Seite. Ich hatte so gar keinen Bock, dass der stehen zieht. Boah, vergiss das. Nee, nee, nee. Du drückst auf den flachen Stein. Du drückst auf den Flasch. Du drückst auf den Flasch. Zieh so ein scheiß Ding. Nein, vergiss das. Boah, wackelt der auf Gott. Ja, 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 ja. Ganz vorsichtig. Mit Gefühl. Alter, nee. Jetzt von hinten. Ganz vorsichtig. Nee. 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 Tappne. Tappne. Siehst du, merkst du das? Tappne. Oh, nee. Nee, werfne. Werfne. Tappne ganz langsam. Siehst du das Ding da draus? Nee. Ja, boah. Nee. Mirko. Nee, das Ding truff. Nee, das Ding truff. Das ist mein Mirko. Nee, das Ding truff. Das ist mein Mirko, wie ich mich kennen, Alter. Oh, nee. Er lebt immer noch einer truff. Ich bin scheiße. flex das shit ich beende jetzt ganz klassisch den vlog aus der badewand ich bin seit 2 uhr am kotzen und mittlerweile 5 uhr oben das ganze nur irgendwo im jahr peace audio leute